Hallo und willkommen zurück zu Horde. Anstatt ein Achievement machen wir jetzt mit mehr oder weniger den Gold Achievements weiter. Wir haben hier im Prinzessinnen-Balz-Modus 4 Level, die wir nicht auf Gold haben. Wir fangen jetzt einfach mal mit dem ersten an. 4 Minuten 35. Eigentlich sagt das gar nicht so viel aus, wenn ich so super nachdenke. Weil die Ingame-Zeit, die ist ja, das ist ja nicht richtig. Like, das ist ja nicht das, was die damit meinen. Oh, ich bin halt so ein Vollidiot. Na gut, egal. Probieren wir dann einfach anders. Das wird er hoffentlich nicht schaffen. Hat er auch nicht gut. Was will der von mir? Hilf mir! Oh mein fucking goodness, man. Der wäre jetzt fast schon wieder hergekommen. Ich weiß nicht, was er mit der wollte. weil ich hab die jetzt. Keine Ahnung, ob das ein Intent war. Ich glaube aber eigentlich nicht. Oh, er hat sie, okay. Naja, dann kannst du sie ruhig haben. Ich geb mir selber Feuer lieber. Oh, was? Ich hab gar nicht mal drüber nachgedacht, dass er sie als sie sich gönnen könnte vielleicht. Und das hat er auch getan. Scheiße. Die nimmt er nicht, die nimmt er nicht. So. Das ist jetzt aber meine. Wow, alles klar. Alles klar, alles klar, alles klar! Fick dich. Nein, 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 nein! Das akzeptier ich nicht. Das ist wieder so richtig bescheuert gelaufen. Das war auch alles nicht meine Schuld. Aber nur das Spiel kann ich jetzt mal! Am liebsten ist mir er fast, wenn ich keine Ritter töten müsste oder so. oder Ja, kannst du ruhig mitnehmen Ich habe dafür keine Verbindung Ich möchte nur die Prinzessinnen haben und sonst nichts Er hat es bekommen, okay Nein Okay, egal, egal, egal Egal, egal, egal Wow Mich rückt das so auf Nein, 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 nein Nein, 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 ich wollte nicht auf Zurich zum Hauptmenü Ich wollte auf Neustart drücken Das, ich meine, selbst wenn das zeitlich vielleicht noch hinhaut Es gefällt mir nicht Es ist schon so beschissen gestarrten Auf so vielen Ebenen Es ist so verdammt nochmal beschissen gestarrten Ich würde gerne zwei von denen in einem Part schaffen Aber unter Umständen wären es auch vier Parts Und wenn es mehr werden würde, schiede ich Weil das akzeptiere ich nicht Werd ich Ich sammle kein Geld ein Sagen ich das Geld als das Achievement noch nicht habe Dass kein Geld als das Achievement noch nicht habe Sagen ich das noch nicht habe Will ich auch ganz einsammeln Fertig Vor allem sollte es nicht so einen Unterschied machen Weil like Ich glaube nicht, dass Bin ich blöd Ich wollte es ihm klauen Aber er hatte da halt auch noch das Ice Power Up Was irgendwie nicht wirklich geholfen hat Also like ganz und gar nicht Das hat ja richtig weh getan, Alter Vor allem war ich da auch noch eingefroren Im fucking Zurückfliehen Das hilft niemandem was Zumindest mir nicht Vielleicht bringt es ja ihnen was Aber das ist mir eigentlich scheißegal Wenn ich was bringe Das sind wir so So Oh my fucking goodness, Alter war das eng Die erste Prinzessin, das ist so scheiße immer Ähm, okay Oh, boah Zwei Ah, hier fehlt er, Alter Nein Nein Das akzeptiere ich nicht Ich akzeptiere es nicht, so beschissen zu sterben Nein Die sollen gefext aufhören, zu mir immer zu laufen Und der Typ soll es immer umbringen Warum Warum ist das so schlecht da drin, gegen die zu kämpfen So, das ist mir lieber Ach, vielen Dank Das wollte ich nicht aufheben Toll Toll Wo ist die zweite Prinzessin hin? Na, bei niemandem Mich regt das so auf Dieses Scheißspiel Man ist am Anfang immer so richtig, richtig Ab nur mal schwach Dass man einfach nichts kann Dass man einfach nichts kann Um's verrecke nicht Um's verrecke nicht Wortwörtlich War man ja wirklich verriegt Oh, wow Das wollte ich nicht einsammeln, aber egal Ah, ja Ist die erste Prinzessin? Alles klar. Natürlich ist dieser fucking Hurensohn wieder so ein Hurensohn und geht nicht aus seinem Scheißhord raus. Dieses Scheißspiel, jetzt ist einfach wieder ein Ding, jetzt direkt in mir gespawnt. Like, was zur Hölle, man? Nein! Warum? Wie kann es denn eigentlich sein, dass ich fucking zu langsam bin dafür? Ja, ich war gerade einfach zu langsam, zu ihnen runterzulaufen und mir die Dings zu klauen. Wie geht denn das? Boah, Alter. Manchmal sind die so hardcore aggressiv, das ist so unglaublich. Ja, keine Ahnung, geht mir das da. Ja, okay, danke. Das ist der Plan. Das ist teilweise der Plan. Also grundsätzlich ist ja der Gedanke, es wird eine zweite Prisession freigelassen. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, no. Oh, oh. Oh, oh. Oh. Oh, oh. Oh, oh. Also, manchmal bin ich wirklich so, was soll ich dagegen bitte schön tun? So. Nein! Weißt du, der steht, glaube ich, bei den offiziellen Strategien dabei. Sorge dafür, dass die Gegner die Prinzessin einsammeln, weil dann sind sie abgelenkt. Und ich denke mir so, schön, dass sie dann abgelenkt sind. Die Tatsache, dass sie mich dann aber umbringen, ist ein dezentes Problem, ja? Egal. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Äh, ich hab keine mehr drauf. Oh, my fucking goodness, man. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Okay, entweder hat das gereicht oder nicht. Ich könnte ihn umbringen. Ich meine, ja, es lief ein bisschen was schief. Aber es lief nicht so viel schief. Ich habe doch sauviel von ihm geklaut. Also was zur Hölle? Was wollen die Entwickler von mir eigentlich? Was wollen die bitte schön von einem in diesem Modus? Soll ich Boden zerstören, damit mir weniger Ritter kommen oder was? Ja, weil da kommen ja auch weniger Prinzessinnen. Und ich brauche die ja. Ich muss die ja so schnell wie möglich abgeben. Also brauche ich ja Tonnen von den Prinzessinnen. Ich brauche wirklich tonnenweise Prinzessinnen. Okay, speed, speed, Feuerkraft. Oh, help me. Oh, help me. Oh, help me. I see, es kommt also ein bisschen darauf an, ob das funktioniert. Oh, help me. Oh, help me. Oh, help me. Oh, help me. 3 Pixel. 3 Pixel. Mich reg das immer wieder so auf, Wall-like. Oh, help me. Oh, help me. Mikroskopisch kleiner Abstand. Oh, help me. Oh, help me. Oh, help me. Oh my fucking goodness, Mandanga Oh, help me Um, die ist weg, die kommen immer ran Um, Prinzessin? Prinzessin! Okay, egal, egal, die nehm ich ihn weg Also, vielleicht Nehmen wir erstmal meine eigene Dann nehm ich seine Puh, das hat doch funktioniert, dass ich seine gegriffen habe, gut Also, ganz ehrlich, das war ein guter One Besser kann es, glaube ich, nicht laufen Wenn das nicht reicht, dann weiß ich eigentlich auch nicht mal Danke Danke Fortsetzen Äh, ja, das sind ja schon so gut wie 20 Minuten Ich würde sagen, bewerten nicht vergessen Äh, weiter geht es im nächsten Part Tschö 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 Tschö